Warum sollte denn jetzt jemand am Online-Kongress für neues Gesundheitsbewusstsein teilnehmen? Ich glaube, immer mehr Menschen stellen Fragen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und was passiert dazwischen? Was kann ich für mich tun? Wo sind meine Grenzen, wo ich noch etwas beeinflussen kann? Oder ist das alles schon vorbestimmt? Ich glaube, immer mehr Menschen haben einfach den Wunsch, sich zu finden, mehr leistungsorientiert zu sein, auch sinnorientiert zu sein, einfach neue Blickrichtungen zu kriegen. Wie kann ich eigentlich in dieser schnelle Welt etwas schaffen oder besser machen und meinen Balance zu finden? Und so mich entfalten viele Leiden an körperlichen, emotionalen oder eher an mentalen Problemen. Und ich glaube, auf alle diese Fragen könnte dieser Kongress Antworten geben. Und das wünsche ich Ihnen. Danke. Dankeschön. Danke. 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 Danke.